Fenster. Nicht mal zentral. So ein einzelnes Mini-Fenster, das so klein ist und dann nicht mal einfach Haus neu bauen. Wow, 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 wow. Und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Heute schauen wir uns mildly infuriating an. Das sind Posts, wo man nicht sagt, oh, das ist richtig schlimm. Das ist nur so leicht schlimm. Wolltet ihr nicht schon immer mal ein Teppich im Bad haben? Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie stelle ich mir das nicht so schön vor. Es schaut zwar ganz cool aus, aber nee. Das sauber zu machen muss Pain sein. Die Erbsen sind einfach auf dem Kopf. Oh ja, wir müssen unbedingt Erbsen auf diesen Teller bringen, aber wir haben es vergessen mit zu kochen. Ja, Photoshop die mal. Sind aber auf dem Kopf. Hä? Wenn so eine Fliegenklatsche einfach nach hoch geworfen wird und die perfekt dazwischen stecken bleibt. Viel Spaß beim Runterbringen. Werf einfach noch eine andere dagegen. Auf dem Balkon und dann schön in ein Nachbarshaus reinschauen. Kann man sich gut unterhalten von Terrasse zu Fenster. Es muss richtig peinlich sein. Einfach so. Hi. Oh, ich hasse das, wenn das gemacht wird. Vor allem auf Paketen, wo dann am besten noch draufsteht. Hey, hier bitte nicht knicken. Und Hauptsache rein. Und bitte benutzt das hochgeladene Logo. Ähm. Viel Spaß mit diesen tollen Kugelschreibern. Und das muss so richtig cool sein, das abzuziehen so ganz langsam. Ist einfach nur gereift. Wenn man 27 Bücher auf Amazon bestellt und alle einfach einzeln verpackt ankommt. Viel Spaß mit dem Müll. Jiii. Warum wurde das denn so komisch gebaut? Hätte man nicht die Reihe so fortsetzen können? Why? Das schaut so richtig kaputt aus. Als ob man so einen Block falsch gesetzt hätte. Schneid die Banane doch einfach klein. Du packst doch kein ganze Bananensmoothie einfach so. Schneid sie in kleine Stücke und dann hat der Mixer auch kein Problem damit. Oh, das muss richtig sad sein. Oh, ich hab solche Eis so lange nicht mehr gegessen. Aber die waren immer voll cool. Und dann einfach der Top Part weggerissen. So ein Zoom Feature einfach, das den Tisch noch mal kleiner macht. Warum willst du den Tisch auch in größer sehen, um es besser zu sehen? Nee, wir machen es kleiner. Hä? Wie haben sie die Gläser denn da reinbekommen, wenn die nicht raus wollen? Das muss ja mega neu sein. Da hat jemand Müsli ins Kino mitgenommen und die haben einfach die Box da gelassen. Euch wird die Leute so richtig erschlagen wollen. Stellt euch vor, ihr sitzt im Kino und hinten hört ihr nur Genau deswegen gehe ich nicht ins Kino. Dein Gehirn versucht irgendein Objekt zu erkennen. Aber es kann es nicht. Ja, ich kann wirklich nichts erkennen. Ich weiß nicht, worauf ich gerade schaue. Nice. Habt ihr irgendeine Idee, was da gezeigt wird? Ich weiß es wirklich nicht. Meine Mutter hat meinen Schreibtisch einfach weggegeben. Ich würde meine Mutter umbringen wollen, wenn sie einfach meinen Schreibtisch klauen. Hä? Oha. Viel Spaß auf dem Boden. Wenn das Straßenlicht einfach so hell ist wie die Sonne. Oha. Du siehst so links noch einfach, dass da auch ein Straßenlicht ist und das komplett normal ist. Aber das ist ja widerlich. Mach den doch mal sauber. Einfach so ein Staubtuch. Wenigstens. Meine Schwester und ich hatten ein Argument und sie hat einfach bei der Zahnbürste diese Bürsten abgeschnitten. Es ist so gefühlt jede Werbung, auch für jedes Handyspiel und so weiter. Schaut mal, was hier drin ist und dann hat man so nichts. Ich hasse es einfach, wenn Menschen nicht einfach mal zwei Meter irgendwo hingehen können und ihren Müll wegbringen können. Nee, wir schmeißen das einfach auf den Boden. So widerlich. Ich mag den Test nicht. Was davon lässt sich mit dem Internet verbinden? Wi-Fi, USB, HDMI und der Blue's Tooth. Wi-Fi. Aber die echte Antwort ist Blue's Tooth. Nice. Dieser eine Punkt da oben, der einfach nicht perfekt zum Bild passt. Why? Die Nummern über der Tür. Da ist eine 13 links und eine 14 rechts. Warum macht man das in der gleichen Farbe wie die Band? 4 ohne die Kuh. Die Legende auf der Map. Einfach. Einfach 1, 2, 3, 4. Okay. Legende. 1. Building 4. 2. Building 3. 3. Building 1. 4. Building 2. Die hätten es auch nicht schlimmer machen können. Wow, 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 wow. Falls ihr irgendwelche Ideen habt zu Subreddits, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Falls ihr jetzt mein letztes Video sehen wollt, ist links ein Video rechts geht zu meinen Main Kanal und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.